Diese alltägliche Unzufriedenheit, morgens aufzustehen und eine Aufgabe und einen Job zu machen, der mich überhaupt nicht glücklich macht, den ich sinnlos empfinde und ich nicht weiß, was es bringen soll, dass ich überhaupt diese täglichen Aufgaben mache. Das war eine Situation, die ich selbst durchlebt habe, als ich noch in meinem alten Job war. Montagmorgens habe ich mir gewünscht, es wäre schon Freitag und Hauptsache der Tag war schnell vorbei. Dass ich bis dato keinen Sinn kannte oder nicht meinen Sinn kannte, war mir aber nicht so wirklich bewusst und dementsprechend möchte ich heute mit dir teilen, warum es so wichtig ist, auch in deinem Job Sinnhaftigkeit zu finden, sinnhaft zu arbeiten und überhaupt mal zu erkennen, wie du deinen Sinn findest und beziehungsweise was dein Sinn ist. Ich sage herzlich willkommen zum Fully Connected Podcast mit mir, Pia Bauer. Ich bin systemischer Life Coach. Ich bin Business Trainerin für emotionale Intelligenz- und Achtsamkeits- und Resilienz-Trainerin. Schön, dass du heute wieder dabei bist in dieser, ja, für mich auch wichtigen Folge und ich danke auch nochmal einem Hörer, der mich auf diese Idee gebracht hat. Lieber John, Shoutout zu dir, denn ihr dürft natürlich auch immer wieder Themen mit reinbringen oder Fragen stellen und da nehme ich gerne eine Podcast-Folge dazu auf. Und heute geht es eben um dieses Thema der Sinnhaftigkeit. Und das war eben auch ein Thema, mit dem ich mich ziemlich gequält habe, als ich noch in meinem alten Job war, bis 2017. 2017 habe ich mich dann, Ende 2017 habe ich mich selbstständig gemacht, denn ich wusste nicht so richtig, was der Faktor ist, warum ich immer so unzufrieden bin. Ich war ja in der Advertising-Sales-Ecke, sage ich mal. Ich habe dort ganz große Firmen, betreut die Strategie, das Sales-Prozess, die Marketing-Tools betreut. Also sehr, ja, auch anspruchsvoll, würde ich sagen. Ich hatte super hohe Verantwortung und Umsatzziele. Genauso aber auch, was so das Wissen betraf. Also es war schon auch kein einfacher Job. Aber ich habe nie für mich reflektiert, warum mir eigentlich diese Sachen an sich vom Tun her leicht fallen, aber ich daraus überhaupt keine Freude ziehe. Und über die Zeit hat mir das immer mehr Energie gezogen, ohne zu wissen, was es wirklich ist. Natürlich, wenn wir jetzt heute über das Thema sprechen, kann ich schon sagen, es hat mir der Sinn gefehlt. Aber dieses Energieziehen, diese Demotivation, diese Lethargie, dieses ständige, ich habe keine Lust aufzustehen, alles ein bisschen als schwer empfunden, jede Aufgabe fand ich so, oh, gar keine Lust drauf. Also auch viel prokrastiniert. Dann ist es eigentlich ziemlich klar, was fehlt. Das ist eine Kombination aus mehreren Dingen, aber eine große Sache ist eben der Sinn. Und wenn man sich heute Umfragen anschaut, sieht man auch, wie unzufrieden die meisten Menschen sind, nämlich ungefähr 85 Prozent der Arbeitnehmenden laut Gallup-Institut haben fast keine Bindung, also wenn wir jetzt auch Thema Sinn und Bindung verbinden, haben keine Bindung an ihren Job beziehungsweise ans Unternehmen oder gering oder fast gar nicht, weil sie sich vielleicht nicht, und es sind verschiedene Faktoren, nicht mit ihrer Aufgabe identifizieren können oder mit dem Unternehmen oder mit der Führungskraft Probleme haben. Aber dadurch fehlt ihnen natürlich auch dieses Bewusstsein, was möchte ich wirklich machen? Und vielleicht erkennst du das auch an dir und bleibst halt einfach in dem Job, der dir potenzielle Sicherheit schenkt. Und wenn man das jetzt nochmal die Studie auch zur Hand nimmt, dann bemerkt man natürlich, dass wenn so viele Menschen so wenig Bindung auch an ihre Arbeit und an ihr Unternehmen haben, gehen eigentlich die meisten Menschen, weil ja doch auch die meisten Menschen nämlich nur 17 Prozent, die sich auf eine, sag ich mal, Veränderung einlassen. Die anderen, die anderen Prozent, kann ich jetzt gerade nicht rechnen, die anderen Prozentteile sind diejenigen, die eigentlich jeden Tag mit einer inneren Kündigung zur Arbeit gehen. Und ich kenne das auch von mir selbst. Es war immer so, ich warte, bis irgendwie was Besseres kommt, aber irgendwie kam nichts Besseres, weil ich auch nicht wusste, was ich wollte. Es war immer so, nee, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Und die Energie, die ich habe, die möchte ich auch nicht mit Jobsuche verbinden. Was ist denn jetzt nun ein Sinn oder was sind so verbindende Faktoren, die uns im Job auch glücklich machen? Also wenn wir auch nochmal, gleich kommen wir nochmal später zum Thema sind. Bailey und Sussex von der University of Greenwich haben in der Studie die Faktoren, die Arbeitnehmende motiviert herausgefunden. Das ist zum einen Interesse an dem, was ich habe oder an dem, was ich tue, vielleicht auch in der Branche, in der ich arbeite. Ich kann mich kreativ einbringen. Also wir finden gemeinsam mit Lösungen. Ich kann ja nicht nur routinär den ganzen Tag die gleiche Aufgabe machen, sondern es gibt Kreativität, Raum dafür auch, weil Kreativität kann natürlich nicht nur durch Machen, Machen, Machen entstehen, sondern dafür brauchen wir Raum. Dann ist das Thema Wertschätzung dabei. Ich werde für das, was ich tue, gelobt und auch anerkannt in verschiedenen Formen. Da gibt es verschiedene Arten, wie wir uns anerkannt fühlen. Dann gibt es das Thema Stolz. Also das, was ich tue und die Ergebnisse daraus machen mich auch stolz. Das hat natürlich auch viel mit dem eigenen Selbstwert bzw. der eigenen Kritiker in uns zu tun. Und für mich gehören auch noch folgende Faktoren dazu. Ich kann mit meinen Fähigkeiten bis zu einem gewissen Level wachsen. Also ich baue die immer wieder auf und oder aus und ich habe sozusagen auch Herausforderungen und natürlich auch Ziele. Also mir ist es klar, was ich tue und wofür ich es tue. Das heißt also, wir brauchen ja alle ein Ziel im Leben und dahin zu kommen ist auch ein Motivationsfaktor. Ich verlinke dir die Folgen, ich weiß gerade nicht, welche Nummer es ist, unten in den Shownotes, wie du deine Ziele findest. Wichtig ist aber auch, was auch bei der Studie rauskam, ist auch, dass zufriedene MitarbeiterInnen auch nicht die ganze Zeit immer Sinn in den Dingen empfanden, die sie immer getan haben. Also wir verändern uns ja auch als Menschen und dementsprechend müssen wir immer wieder mal so eine Anpassung schaffen. Es ist auch nicht immer wichtig, in allem immer total viel Sinn zu sehen, sondern es ist immer wieder wichtig, mal zurückzuschauen, mache ich noch das, was mir wichtig ist, worin ich arbeite. Also das ist wichtig. Es ist nicht immer da, aber es ist wichtig, überhaupt einen zu haben. Und was heißt denn jetzt eigentlich dieses Thema Sinn und wo startet das überhaupt? Wenn zum Beispiel eine Greta Thunberg den Sinn ihres Lebens damit versieht, so viele Menschen oder so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren, um den Planeten und den Klimawandel zu stoppen oder den Planeten zu retten und den Klimawandel zu stoppen oder sich eine Michelle Obama für die Gesundheit und die Ernährung und Bewegung von Schulkindern einsetzt, dann muss das nicht auch gleich dein Sinn sein. Also Sinn heißt nicht immer gleich Mutter Theresa Welt retten, sondern ein Sinn ist eigentlich eher mit einer Begeisterung, einer Leidenschaft und so einer eigenen Selbstwirksamkeit, einen für dich bedeutsamen Job oder eine bedeutsame Aufgabe oder in einem bedeutsamen Unternehmen was zu erschaffen. Etwas wieder den Menschen zurückzugeben und das Gefühl zu haben, ich gebe irgendwas raus. Beispiele können zum Beispiel sein, wenn du im Controlling bist und jeden Monat Ordnung in dieses, also die Zahlen konsolidierst, die alle Menschen dort gemeinsam erschaffen und diese in eine klare Struktur bringen, weil das können ganz viele auch nicht, um letztendlich Klarheit zu bekommen oder auch die richtigen Steuerabgaben zu bezahlen oder dem Unternehmen eine gewisse Guideline oder eine Budgetplanung vorzulegen. Also Ordnung und Struktur zu geben, das ist ein Sinn. Oder genauso, wenn sich jemand darum kümmert, einen Büroraum oder auch Räume gemütlich, atmosphärisch oder auch im Hinblick auf verschiedene andere Ziele so zu gestalten, dass dort Menschen zusammenkommen, um etwas wieder zu kreieren, also zum Beispiel eine Innenarchitektin oder einen Innenarchitekt. Genauso kann es aber auch sein, dass dein Sinn ist, Menschen nach einem Unfall zu begleiten, um wieder in ihre volle Bewegungsfreiheit zu kommen, also zum Beispiel ein Physiotherapeut oder Physiotherapeutin. Und so hat auch jeder in irgendeiner Form seinen oder ihren Sinn. Was aber auch nochmal wichtig ist, alle haben letztendlich gemeinsam, dass wir uns eigentlich wünschen, in unserem Job selbst wirksam zu sein. Also ich kann selbst eine Wirkung erreichen und auch mich selbst darin verwirklichen. Und die Karrierebibel, eine ganz coole Website, um Themen für Karriere etc. nachzuschauen, hat die Maslow-Scheh, das ist auch ein schwieriges Wort, Bedürfnispyramide adaptiert, auch auf die Engagement- oder Engagement-Ebene. Das heißt also, wenn du dir eine Pyramide vorstellst, wo auf der Basis eigentlich immer dieses Thema Sicherheit und Überleben steht und oben die persönliche Weiterentwicklung, wo wir auch oft in den Themen, wo wir jetzt gerade stehen, sind, also gerade weil wir in einem sicheren Land leben und genug zu essen bekommen und ein Dach über dem Kopf haben, da kommen wir immer an andere Themen, die wichtiger sind, aber es geht eben hier auch nochmal um diese Bedürfnisse. Warum, wann bin ich denn auch engagiert? Wann machten mir denn Dinge Freude? Und du kannst dich mal selbst erstmal einstetzen, wo du stehst. Also zum einen, ganz unten steht so dieses Thema Überleben. Ich arbeite hier, um Geld zu verdienen, das ist nur ein Job. Und das sind auch die meisten, aber es ist auch sehr demotivierend. Wir steigen jetzt ein bisschen höher in der Motivation, wir sind nicht so richtig engagiert, die bezahlen mir eigentlich nicht genug, aber Hauptsache ich habe einen Job, das ist ein Thema Sicherheit. Dann kommt das Thema Zugehörigkeit. Ich bin so einigermaßen engagiert, ich bin ein Teil von etwas Größerem, Ich bin aber auch weg, wenn ich was Besseres finde. Ich denke mal, da finden sich ganz viele. Und jetzt kommen wir in den Bereich Motivation. Also wenn ich eine Bedeutung finde, also den Sinn, ich leiste einen entscheidenden Teil zum Gesamtergebnis. Meine Arbeit ist wichtig und ich habe Erfolg dabei. Dann kommen wir zum Thema Verwirklichung, also der letzte Punkt. Und da wird die Pyramide immer kleiner, denn immer weniger Menschen haben diesen Anteil. Ich liebe es, hier zu arbeiten und ich hoffe, ich kann andere durch meine Arbeit inspirieren. Und dies sozusagen in das Leben zu integrieren, dieses Bedürfnis, da kannst du auch übrigens nochmal auf meinem Blog vorbeischauen, hier habe ich nochmal diese Bedürfnispyramide auch reinkopiert, um es nochmal nachzuschauen, wo du auch stehst, sind nochmal wichtige Bedürfnisse, um erstmal sozusagen so ein Check-in zu machen, wo stehe ich gerade? Also wo bin ich schon in der inneren Kündigung oder ja, es geht eigentlich, aber es geht noch besser. Mir ist es jetzt nochmal wichtig, die zusätzlichen Faktoren zu zeigen, um letztendlich deine Sinnhaftigkeit im Job zu finden. Und eine Sache, die nochmal vorausgeht, ist, dass wir natürlich immer wissen, dass Gehalt und Geld immer weniger eine Rolle spielt. Und dementsprechend steigt auch dieses Thema Engagement und Sinn und Bedeutung immer, immer mehr. Wir wissen aus zig Studien, dass ab rund 100.000 Euro im Jahr die Zufriedenheit nicht mehr ansteigt. Bis dahin steigt sie tatsächlich mit, in der Korrelation mit dem Gehalt. Man hat jetzt aber auch herausgefunden, dass sie potenziell auch höher steigen könnte, wenn gewisse Faktoren natürlich dabei sind, sowas wie Zeit und auch Hobbys und Freude und Spaß dabei zu haben. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Also Sinn heißt nicht gleich, ich verdiene Geld. Das ist nochmal ganz wichtig und wird auch immer weniger wichtig. Dementsprechend verändern sich gerade auch viele Strukturen. Die Arbeitsabläufe, die Arbeitgeber müssen ganz viel anpassen, da einfach die Anforderung auch von den jungen Menschen sich verändert hat. So, was sind denn jetzt diese fünf Faktoren, die du dir oder die Fragen, die du dir auch stellen kannst, um deinen Sinn zu finden? Letztendlich startet erstmal alles mit dir selbst, denn auch viele sagen, ja, die Schuld ist bei der Firma, bei der Führungskraft, aber ist auch ganz viel Arbeit in uns zu tun, denn wenn wir nicht genau wissen, was wir möchten, können wir auch nicht genau kommunizieren beziehungsweise Entscheidungen treffen. Nummer eins sind Ziele. Wo siehst du dich? Und was willst du wirklich? Und warum ist dir das so wichtig? Also du kannst gerne mal einen Stift rausnehmen, mitschreiben oder auch nochmal auf dem Blog vorbeischauen. Dort sind die Fragen auch nochmal alle aufgeschrieben. Nimm dir auch mal Zeit wirklich für diese Fragen. Dann das Thema zwei ist Wachstum. Wie kann ich weiter wachsen und lernen? Denn jeder Mensch in uns, ein Baum bleibt auch nicht stehen, sondern wir möchten genauso wachsen. Und Wachstum und Lernen und Fähigkeiten verbessern macht zufrieden. Was interessiert dich, kannst du dich da auch fragen? Und wie kann ich da meine Fähigkeiten mit einbringen? Der nächste Punkt ist das Bewusstsein. Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Mag ich lieber zum Beispiel Routinen oder Veränderungen? Und ist mein Arbeitsplatz und Arbeitsraum oder meine Arbeitszeit, ist die dafür auch ausgestattet? Mache ich jeden Tag Routinen, obwohl ich Veränderungen liebe? Dann bin ich vielleicht auch im falschen Team oder in der falschen Rolle. Bewusstsein heißt auch, was sind denn deine Talente? Was kannst du gut und was sind deine Werte? Was ist mir wichtig im Umgang mit mir und anderen Menschen oder dem Planeten? Dann gibt es natürlich noch das wichtige Thema Spaß. Worin hast du Spaß? Was macht dich glücklich? Beobachte mal deinen täglichen Tagesablauf. Was geht dir leicht von der Hand? Wo hast du Freude? Worin hast du Freude? Und dann auch noch der letzte Punkt Erfolg. Was bedeutet denn überhaupt Erfolg für dich? Ist es die Anerkennung? Ist es das Lob? Ist es ein gemeinsames Erreichen von einem Ziel? Oder ist es das Geld? Und auf was müsste ich verzichten, wenn ich meinen Zielen folgen würde und meinen Wünschen folgen würde? Um da noch ein bisschen mehr Klarheit auch zu bekommen und wenn du dir diese Fragen stellst, kannst du dich auch einfach mal hinterfragen, wenn du generell sozusagen so ein Gefühl der Unzufriedenheit hast, was denn so Faktoren sind, und die dir diese Unzufriedenheit vor allem natürlich in der Arbeit schenken oder geben. Und da gibt es noch mal, um da einfach ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, empfehle ich dir immer einmal aufzuschreiben und das auseinanderzunehmen, weil Unzufriedenheit kann so einen grauen Schatten, so ein dunkles Licht oder so ein Gefühl, in der Höhle zu sein, über alles werfen. Und wenn wir Klarer werden, wenn wir Klarer auseinandernehmen können und darüber reflektieren, was ist es denn eigentlich, was das Problem ist, dann kannst du auch nachher in die Umsetzung kommen. Frag dich mal, ob es die Faktoren, die tägliche Aufgabe, die du machst, ist. Also habe ich da drin Freude? Kann ich meine Fähigkeiten einsetzen? Ist es die Form der Führung? Habe ich einen Mentor oder jemand, der mich micromanagt? Ist es die Kultur? Also wie transparent wird kommuniziert? Wie gehen wir miteinander um? Was sind die Werte des Unternehmens? Ist es deine Bezahlung? Ist dein Gefühl von Fairness da oder eben nicht? In manchen hat es was mit dem Ort zu tun. Das heißt also Ort im Sinn von, ich fahre eine Stunde hin oder ich möchte eigentlich ganz woanders arbeiten oder flexibler zu Hause. Wie ist es mit den KollegInnen? Also wirklich, haben wir einen Team-Spirit? Haben wir keinen Team-Spirit? Ist mir das wichtig oder nicht? Kann ich mich mit jemandem an der Kaffeemaschine nett austauschen? Oder ist hier immer schlechte Stimmung? Und dann nochmal das Thema Weiterbildung. Kann ich wachsen? Habe ich Perspektiven? Und werde ich auch gefordert? Oder kann ich mich fordern? Diese Kombi erst mal zu erkennen, wo ist das Problem? Und dann dir die Fragen zu stellen, die ich oben genannt habe. Das ist eigentlich die Kombi, um letztendlich an deinen Sinn zu kommen. Ich weiß, es sind sehr, sehr, sehr viele Fragen, aber letztendlich helfen diese Entscheidungen zu treffen. Denn ich kann in der inneren Kündigung weitermachen, aber das wird immer mehr und es kann bis zu einem Burnout führen. Oder ich komme eben an dieses Thema Aha, Klarheit und dann entscheide ich Change It, vielleicht die Rolle, Leave It, raus aus dem Unternehmen oder Love It. Vielleicht finde ich ja doch ein paar Aspekte und gehe einfach mit einem anderen Bewusstsein an die Sache ran. Da haben natürlich auch Blockaden immer wieder was mit zu tun. Letztendlich führt aber dieses Love It in Form von Gleichgültigkeit natürlich nicht dazu, dass das Liebe ist, sondern wirklich Liebe heißt auch Begeisterung und Freude an der Sache zu haben. Also nicht diese innere Aufgabe. Und natürlich braucht es Mut, das zu verlassen, was wir uns angewöhnt haben und die Sicherheit und auch die potenzielle Angst davor, wird es da draußen besser? Die Frage ist, die du dir immer stellen kannst, ist, wenn ich die nächsten fünf Jahre an der Stelle bleibe, was könnte denn in mir passieren oder beziehungsweise auch den Glauben darin aufzubauen, dass es immer besser geht? Also wenn du mal auch zurückschaust an Veränderungen, die du in deinem Leben gemacht hast, wahrscheinlich ist immer das Bessere für dich passiert. Und dann kannst du dir auch mal aufschreiben, was wäre das Schlimmste, was passiert wäre, was wäre das Beste, was passiert und was ist denn realistisch? Und um das abzuschließen, ich weiß, es sind natürlich viele große Themen auch und deswegen ist auch der Sinn immer eine der letzten Dinge, die wir auch in den Coachings machen, wenn es um das Thema Klarheit geht, meinen Weg gehen, Verbindungen zu mir selbst und mit Mut dann auch in die Umsetzung zu kommen, also wenn ich mich auch neu umorientieren möchte, aber auch nur irgendwo wieder aus der Unzufriedenheit rauskommen möchte. Da gibt es ganz viele Faktoren und ich sage mal 50 Prozent lieben dann ihren Job wieder, weil sie einfach sich selbst anders sehen und die anderen verändern sich und das ist auch super, super schön zu sehen und die Klarheit zu gewinnen. Das machen wir immer im Coaching, wenn es dich interessiert für ein kostenloses Erstgespräch, findest du alle Infos unten in den Shownotes und ich freue mich natürlich immer mit dir persönlich darüber zu sprechen und erst mal zu Klarheit zu verhelfen. Für mich war mein Sinn auch ein Game Changer, denn diesen endlich zu erkennen, hat mir so viel Mut, so viel Power gebracht, auch wirklich diese Selbstständigkeit anzugehen. Das war nie mein Ziel. Und mein Sinn ist nämlich, euch Menschen zu unterstützen, wieder durch das eigene Bewusstsein, durch dieses innere Erkennen, durch die Blockadenauflösung, einen Zugang zu dir selbst zu schaffen, denn alles ist schon in dir, um letztendlich wieder mehr Wohlbefinden, also auch wirklich mental gesundes Wohlbefinden, um mehr Zufriedenheit und auch vor allem mehr Erfüllung und Fülle im Leben zu verspüren. Und das ist mein Sinn und das tue ich über alle meine Säulen hinweg und das ist sozusagen wie so eine Guideline oder so eine Guidance, die ich immer habe. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Podcast helfen. Ich freue mich total, wenn du mir einmal einen Kommentar hinterlässt auf meinem Instagram-Account bei piabauer.coaching unter genau der Folge und wie dir die Folge gefallen hat, welche Fragen du dir notiert hast oder was dir noch aufgefallen ist oder wie ich dir helfen konnte. Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht persönlich oder auf Zoom in irgendeiner Form sehen. Geh direkt nochmal nach unten in die Shownotes und buch dir gerne dein kostenloses Erstcoaching oder direkt auf Instagram und folge mir. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt erstmal eine ganz tolle Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Pia. Tschüss!